Hallo zusammen, ich bin Marc und das ist Lukas. Wir machen die Lehre als Systemtechniker bei der CSS-Versicherung. Heute geben wir dir einen Einblick in unsere Ausbildung. Wenn es um Gesundheit geht, vertrauen uns rund 1,7 Millionen Menschen. Die CSS wurde 1899 gegründet und mittlerweile gehören wir zu den grössten Krankenversicherungen. Unser Hauptsitz ist in Luzern, wir haben aber auch über 100 Agenturen in der ganzen Schweiz. Wir beschäftigen rund 2'700 Mitarbeitende und 130 davon sind Lernende und Praktikante. Am Anfang der Lehre arbeiten wir im Lager und Support mit. In dieser Zeit hat man viel mit Hardware zu tun und stellt den Mitarbeitern ihren Arbeitsplatz parat. Weiter nimmt man im Support Telefon entgegen und probiert den Mitarbeitenden bei ihren IT-Problemen zu helfen. Im zweiten Lehrjahr wechseln wir mehrmals die Abteilung und bekommt so einen Einblick in verschiedene Bereiche, wie zum Beispiel Netzwerke, Windows, Linux und Datenbanken. Die letzten zwei Jahre bleibt man fix in einem Team und spezialisiert sich auf einen Bereich. Dort profitieren wir vor allem vom grossen Know-how von unseren Praxisbildnern. Findest du den Beruf als Systemtechniker wäre etwas für dich? Dann komm doch bei uns vorbei zu einem Schnuppertag. Mehr Informationen findest du auf unserer Webseite.